Musik Ja, hallo meine lieben Leute. Ich möchte heute kurz ein kleines Beispiel geben aus dem Alltag, was da heute geschehen ist mit einem Klienten, respektiv mit einem Sohn und einer Mutter. Also, der Sohn hat sich angemeldet, jeden Morgen sei es ihm fast übel, wenn er aufsteht, wenn er zur Arbeit geht, er hat Mühe beim Arbeiten, ist energielos und steht einfach nicht richtig im Leben. Dieser junge Mann ist irgendwo um die 17 Jahre alt in der Ausbildung und will versuchen, diesem Problem da ein bisschen entgegenzuwirken. Okay, wir haben dann zurückgeschrieben und gesagt, dass die Mutter in diesem Falle sich auch anmelden muss, weil ich spürte bei der Anmeldung, dass da irgendetwas ist, was auch einen Zusammenhang hat mit der Mutter und irgendwo in der Schwangerschaft da was gewesen ist. Gut, dieser Junge kam dann heute und ich traf so einen jungen Mann an, der irgendwo völlig unsicher war, wo er aufgestanden ist, völlig unsicher, aus dem Becken hat er einen unsicheren Stand, keinen Halt im Becken in seinem Fundament und im Fundament im Becken im Gesäß in den Ländern und im Beckenbereich sitzen ja unsere Vorfahren drin und diese Sachen, wo wir über die Wirbelsäule von den Vorfahren übernommen haben. Gut, ich habe dann mit ihm gearbeitet und habe sofort gespürt, dass irgendwie etwas war in der Schwangerschaft, dass in der Schwangerschaft er ein Angstgefühl hatte, irgendwo, was macht es überhaupt einen Sinn da auf diese Welt zu kommen. Ich bin jetzt da in dieser Gebärmutter, ich bin da eigentlich da drin gefangen und da drin ist irgendwie so ein richtiges Scheißgefühl, sorry der Ausdruck, aber irgendwie so richtig. Du weißt nicht was los ist, du hast irgendwo, du möchtest eigentlich auf diese Erde wieder kommen und möchtest du in diesem Mutterleib jetzt heranwachsen und schlussendlich zur Welt kommen. Und wenn du dieses Gefühl hast, dass irgendetwas um dich herum nicht stimmt, dann nimmst du das die ganze Schwangerschaft mit, du trägst das mit. Gut, ich habe dann Bilder bekommen, dass da bei Vorfahren mal etwas gewesen sein muss, dass da sich ein Kind in der Schwangerschaft im Mutterleib, im Mutterleib von den Vorfahren der Mutter sich verabschiedet haben. Ich kann dann jeweils nicht genau sagen, ist das genau bei der Mutter gewesen oder war es Urgroßmutter oder Großmutter oder wer auch immer. Ich habe dann gearbeitet und gehe dann in diese ganze Sache hinein. Du musst dir vorstellen, ich bekomme dann die Bilder von einer Situation, wo diesen Ursprung von diesem Problem hat und da sah ich eben wie gesagt, dass in einem Frühstadium von der Schwangerschaft ein Kind sich aus diesem Mutterleib verabschiedet hat. Ich habe dann das Ganze aufgelöst, indem dass ich in Gedanken zurück bin zu dieser Generation, zu diesem Mutterleib, zu diesem noch ungeborenen Kind und hatten das genommen. und in diesem Leben eigentlich willkommen geheißen, dass es sein darf, obwohl es sich dann später auch diesem Mutterleib verabschiedet. Und dieses Gefühl eigentlich, dieses liebevolle Geborgensein, Gefühl in diese Gebärmutter von dieser Generation damals hineingegeben. Und das ist eigentlich der Beginn von diesem Auflösen, von dieser Heilung, x Generationen zurück, wo die Ursprungsthema, die Ursprungsursache auch stattgefunden hat. Diese Ursache, dass dieses Kind aus irgendwelchen Gründen egal sei es ein Unfall gewesen oder eine Vergiftung im Mutterleib oder was auch immer, das spielt eigentlich in dem Sinne jetzt da im Moment keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass eigentlich das Problem da im Ursprung gelöst wird. Und wenn dieses Problem gelöst wird, wird es dann schlussendlich mit den Folgegenerationen übertragen. Das heißt, ein solches Ereignis wird in der Wirbelsäulenseele gespeichert. Wenn das in der Wirbelsäule gespeichert ist, in der Seele gespeichert wird, wird das von Generation zu Generation übertragen. Und dieses Problem hatte demzufolge sicher auch die zwei, drei Generationen vor diesem Junge. Wenn wir das dann da lösen, wird das wie gesagt über die verschiedenen Generationen aufgelöst. Und dann kommen wir schlussendlich an diesen Punkt, wo dann die Schwangerschaft von diesem jungen Mann da ist. Nach etwa zehn bis 14 Tagen kommt die Seele in dieses Körper, in dieses Embryo hinein. Nach circa zehn bis 14 Tagen und ab diesem Moment weg ist es auch fähig über seine Wirbelsäulenseele, dieses kleinen ungeborenen Geschöpfes, wo eigentlich noch fast nichts da ist. Von diesem Moment dann wird alles in der Wirbelsäule aufgezeichnet und diese Geschehnisse werden wahrgenommen. Und jetzt bin ich dann in diese Phase hineingegangen, kurz bevor die Seele in den Körper gekommen ist und habe dieses ganz kleine Embryo, dieses noch ungeborene Kind genommen, habe es in Licht und Liebe gehüllt, in Geborgenheit gefüllt und habe das eigentlich durch die ganze Schwangerschaft durch begleitet. Ich habe ihm im Kopf, in meinen Gedanken, den ganzen Ablauf von der ganzen Schwangerschaft und habe eigentlich nochmals, wie mit einer Replay-Taste, nochmals angeschaut und durchgelebt. Und wenn dieses Gefühl da ist, wenn diese ganze Gebärmutter mit diesem Licht, mit dieser Liebe, mit diesen Heimkräften ausgefüllt ist, dann verschwinden diese Bilder rundherum, wo irgendwo wie so Bilder da sind, da war mal ein Tod, da ist jemand gestorben, da hat sich eine Seele verabschiedet über die verschiedenen Generationen, wo sie, wie so Ahnentafeln, diese Bilder da eigentlich in der Wirbelsäulen-Seele, das heißt, ja ich kann es nur so ausdrücken, wie in der Gebärmutter da aufgehängt sind und dieses kleine Geschöpf dann das mit auf den Weg nimmt. Das hat eigentlich auch diesem Kind den Mut genommen, richtig einfach da zu sein, das Leben anzunehmen und das Leben dementsprechend auch genießen zu können und wirklich selbst eigenständig zu sein. Dieser Junge war ganz extrem verhangen mit seiner Mutter. Man kann jetzt das vielleicht so ausdrücken, er hat sich nie von der Mutter abgenabelt oder die Mutter hat aus ihrem schlechten Gewissen eigentlich, weil sie das Gefühl auch mitgenommen hat von den vorherigen Generationen, das Gefühl eigentlich auch mit dem Sohn wie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich muss ihn extrem gut behüten, ich muss ihm extrem schauen, dass er, wenn er umfällt, muss er ihn sofort wieder aufstellen, sofort trösten und irgendwie schauen, dass er ja nie ein Loch im Kopf hat und und und. Das, was wir eben brauchen als Kinder, dass wir das alles zusammen auch lernen. und dann eigentlich ganz die vielen verschiedenen Pöselteile, um als eigenständiges, selbstsich sicheres Kind heranzuwachsen, eigentlich aus dem Weg gerümmt hat. Ja, und das Leben aufnehmen heißt auch, das ist wie die Nahrung aufnehmen. Die Nahrung aufnehmen und wenn das nicht richtig funktioniert, wir das Leben nicht richtig aufnehmen können, haben wir Probleme mit dem Magen, mit der Verdauung und und und, so wie das bei diesem Jungen auch war. Und wenn dieses Problem, wie gesagt, überall die Generationen gelöst wird, dann kann sich das auch bei diesem Jungen schlussendlich auflösen, dass er eigentlich diese Entwicklungsprozesse im Nachhinein über die nächsten ein, zwei Jahre schlussendlich noch wieder nachholen kann, was er vorher über die verschiedenen Jahre versöhnt hat. Ich habe dann im Anschluss natürlich mit der Mutter gearbeitet, weil ich spürte, dass das Problem von dort herkommt und habe dann dort ganz klar auch festgestellt, ich habe genau die gleichen Bilder bekommen, habe dann noch genauere Angaben bekommen, wie viele Generationen zurück es war und wenn ich dann mit der Mutter arbeite, wo diesen Jungen in ihrem Mutterleib hatte und den Entwicklungsprozess in ihrem Mutterleib durchgemacht hat. Wenn ich dann mit dieser Mutter arbeite, unterstützt das natürlich sehr, sehr stark diese ganze Genesung über die verschiedenen Generationen. Das ist auch ein Grund, warum, dass meine Klienten, die kommen, das sind Probleme, die teilweise über vier, fünf, sechs, sieben Generationen bereits einfach über die Wirbelsäule mitgetragen werden und dann da auch dementsprechend aufgelöst werden muss. Und das braucht aber auch Zeit. Viele denken, ich komme einmal und dann ist alles erledigt. Nein, das ist nicht der Fall. Da müssen wir alle drei bis vier Wochen wieder hinein, kurz bevor die abgespeicherten Daten aus der Wirbelsäulenseele wieder hervorkommen von diesem alten Bild, von diesen anderen Tafeln von da in der Gebärmutter müssen wir da hineingehen und das Ganze mehrmals wiederholen. Wir stehen nicht dann immer wieder am gleichen Punkt, sondern es geht immer schrittweise vorwärts bis wir dann schlussendlich bei diesem Punkt, bei dieser Generation, bei diesem jungen Mann angelangt sind. Das kann nicht in ein oder zwei Sitzungen gelöst werden, das braucht halt vielleicht fünf, sechs, vielleicht sieben Sitzungen, bis das schlussendlich durch und durch aufgelöst werden kann. Also es ist, wie ihr seht, es ist eine sehr, sehr komplexe Sache und es ist unheimlich schwierig, euch das zu erklären, aber ich versuche es trotzdem und versuchte es jetzt trotzdem heute in diesem Video und wie gesagt auch in meinen Büchern, wo ich versuche, das immer irgendwo möglichst plausibel darzustellen, dass das Leben und die Entstehung von einem Leben und die Entwicklung von Menschen, die Entwicklung von Krankheiten respektive von Ursachen eigentlich ganz normale, plausible Ursprungsgründe haben, wo dementsprechend aufgelöst werden dürfen. Es klingt jetzt ganz einfach, aber es ist viel, viel, viel komplexer, als ich jetzt das dargestellt habe, weil bis ich zu diesen Informationen komme, sind das Tausende von Bildern und wie so Sequenz- und Bildabschnitte, die ich da bekomme, dass diese Aufklärung schlussendlich gemacht werden kann und das Ganze aufgelöst werden kann. Also, ich danke, dass ich euch heute diesen Beitrag schenken durfte und es wäre toll, wenn ihr meine Videofilme, meine YouTube-Filme verbreiten würden oder empfehlen würden mit einem Daumen hoch oder noch viel besser wäre es auch, wenn ihr natürlich ein Buch kauft von mir, wo ich das Ganze möglichst plausibel niedergeschrieben habe, wie ich arbeite, was die Ursachen sind, unsere Gebrechen und unsere Krankheiten. In dem Sinne danke ich dir vielmals, dass du zugehört hast und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020